Boah, ich kann mir jetzt nicht gerade so vorstellen, wären die zusammen jetzt ein gutes Couple so nebeneinander? Ja, I don't know. Okay, aber fairerweise, vermutlich hat er die beste Person ausgewählt. Ruf mal Revi an und fragst du, wie es mit der Opernsängerin läuft. Oh, bro, das ist so cringe. Sollen wir machen? Ruf Revi an. Meinst du Sebastian Revi? Ne, wen sonst, Digga? Zabex Revi oder was? Tut mir leid, das habe ich nicht ganz verstanden. Könntest du das bitte wiederholen? Ja, Sebastian Revi anrufen, bitte. Discord anrufen, du sollst ihn auf Discord anrufen. Hallo? Digga, was ist das von dir für ein Profilbild, Bro? Das ist das Bild tatsächlich, wo ich deine Mutter im Pool verführt habe. Erinnerst du dich? Ah, ja, ja, ich remember. Digga, was hast du hier am 12. März geschrieben? Hey Kevin, du hast ja Ahnung von Krypto. Ich habe sehr viel Geld gemacht in Firmen. Wo, was? Das hast du im Discord geschrieben. Wie kann man so Affen-Ditten geil werden wie du? Hä? Ist das scheiße? Bei 21 Uhr, ah, 2147, ja, Bro, da war ich off the sands, you know, I'm the same, Bro. Off the sands. Passiert nicht schlimm, nicht schlimm. Ey, Bro, mein Chat wollte unbedingt wissen, wie es mit der Opernsängerin ausging. Du musst aber natürlich nichts dazu sagen. Ähm, die hat die Tonleiter nicht gesungen. Okay, abzeit. Also, aber ich habe mit zwei noch mal so ein bisschen Kontakt gehabt und vielleicht geht mal das eine oder andere gemeinsame Projekt noch mal an. So Minecraft-Way. Findest du, findest du, findest du, ich bin ein Fußfetischist, Digga, weil ich die letzten beiden drin hatte, die wo an Füße gesehen habe? Nee, nee, nee. Aber mein Chat hat auch schon einen guten Take gemacht. Du bist schon so jemand, der sich auch anpissen lassen würde, right? Bro, das ist, ja. Also, ja, also, ja. Ja. Ja, schon. Ja, also, ich habe da schon mal, ja, Bro, das ist mal, also, ausprobiert halt. Ja, genau. Ja, aber ich habe auch, ich habe das, ich habe das auch gesagt. Ich meinte so, ich weiß nicht, ob es jetzt mir das Enjoyment bringt, aber wenn es ihr das Enjoyment bringt, dann würde es mir irgendwie auch das Enjoyment bringen. Checkst du? Würdest du mal, würdest du lieber, würdest du lieber ein Liter Pipi oder ein Liter Sperma trinken? Kurz sagen. Deswegen, dann weiß ich für später. Ich würde eher die Pisse trinken. Und wenn wir halbe, halbe machen, so on the rocks? Bruder, verhandeln wir gerade? Ist es jetzt gerade eine Verhandlung? Ich will nur Vorschläge machen, dass wir uns irgendwo treffen, weißt du, was ich meine? Vor allen Dingen, wo kriegt man ein Liter Sperma her, Junge? Digga, hä? Einfach, Bro, ich glaube, Hugo hat safe so ein Kanister unterm Bett. Oh, Bro. Der sammelt, der sammelt, wirklich. Ja, das ist ein Sammler, das kann sein. Imagine, du rippst gerade mit ihr einen Dreier und sie fängt an zu jodeln, sodass die Stange zittert. Geil, gutes Video, Daumen hoch.